Ja, heutzutage bekommt man für den vollen Preis wohl nur halbe Sachen. Und damit Ahoi ihr Racker und willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Okay, es war jetzt ein bisschen gemein, so schlimm finde ich es gar nicht. Aber worum geht es eigentlich? Es geht um, so rum, die große Pyramide von Gizeh hier von Leo Architecture mit der Z-Nummer 21058 ist jetzt am 1. Juni 2022 rausgekommen. Ein gigantisches Set, ein gigantischer Teilespender, ein sehr gutes, wie ich finde, Preis-Leistungs-Verhältnis und fast alles wurde hier richtig gemacht. Warum ich das alles so sehe, das sage ich euch jetzt gleich. Und warum ich gar nicht so schlimm finde, dass die halbiert ist, das sage ich euch auch gleich. Warum ich es aber richtig doof finde, was Lego dagegen vorschlägt, auch das sage ich euch gleich. Und das Thema Farben und Lego wird auch nicht mehr unser Freund. Aber seid einfach mal gespannt und viel Spaß jetzt hier bei diesem Video, von dem ich wirklich sehr begeistert bin, also von dem Set auf jeden Fall. Ich freue mich sehr, so eines endlich mal wieder gebaut zu haben hier von Lego. Da ist sie aufgebaut, die 21058, die große Pyramide von Gizeh hier von Lego aus der Architekturserie. Das ist mein erstes Architekturset, das ich von Lego aufgebaut habe, weil mir die bisherigen Sets einfach alle zu kleinteilig waren. Und hier habe ich endlich mal ein Set, welches groß ist, es großteilig, schöne Bricks hat und vor allem ein Modell darstellt, was mich absolut fasziniert. Und das schon seit meiner Kindheit. Ich bin extrem froh, das Ding hier gebaut zu haben. Und es ist für mich, ich weiß nicht, ob ich es gerade schon sagte, das bisher schönste Set dieses Jahres, was ich bauen durfte. Und es ist das Set, seitdem ich den Kanal betreibe, mit den meisten normalen Standard-Bricks und großen Bricks, was ich hier jemals gebaut habe. Aber also viele Superlative bei diesem Set hier. Ja, und Böse Zungen mögen ganz munkeln. Ja, der Ding ist ja nur halb. Tatsächlich war ich anfangs auch ziemlich enttäuscht darüber, als ich zunächst diese Bilder dort auf der Verpackung gesehen habe. Cool, es kommt endlich die große Pyramide von Gizeh. Ich habe es mir kaum getraut zu glauben, jemals, dass das mal rauskommen wird. Naja, auf jeden Fall war ich sehr begeistert davon und dann sah ich, dass das Ding nur halb ist, weil auf den Bildern war das erst gar nicht zu erkennen. Da war ich erst mal ein bisschen genervt und dachte, das kann doch nicht wahr sein. Warum macht ein Lego das jetzt? Aber am Ende des Tages finde ich es gar nicht so schlimm und ich freue mich irgendwie, ein bisschen hier vorne drauf zu haben, anstatt nur diese einzelne Pyramide. Genau. So, was Lego sich aber ausgedacht hat, um daraus ein ganzes zu machen, das ist natürlich mega lächerlich. So ganz nach dem Motto, kaufst du zwei, kriegst du eine. Die sagen wirklich auf ihrer Homepage und auch in der Anleitung hier, dass ich mir eine zweite Pyramide, also ein zweites Set kaufen kann, das hier dran setzen kann und dann habe ich eine ganze Pyramide. Naja, das ist schon richtig, nur ich bin mir nicht sicher, aber wird die große Pyramide von Giselle wirklich von beiden Seiten vom Nil eingerahmt? Und habe ich die Sphinxen wirklich auf beiden Seiten? Naja, ihr wisst, was ich meine, oder? Ich würde sagen, das sieht mega lächerlich aus, wenn ich hier nochmal die gleiche Seite ran packe und das Set halt einfach nochmal gespiegelt habe. Zum einen ist es dann riesengroß, okay, mag der eine oder andere mögen, aber ich bin mir nicht so sicher, ob das so sinnhaftig ist. Dann lasse ich es lieber so, vor allem, dass es auch eine Menge Geld kostet und freue mich einfach über diesen Anblick und auch über den hinteren, denn da gibt es auch was Cooles. Und außerdem will ich gar nicht sagen, es würde keinen Sinn machen, das zweimal zu kaufen. Ich würde es nur nicht dran setzen. Ich würde das Ding vielleicht sogar wirklich nochmal kaufen, wenn ich dafür vernünftige Rabatte bekomme, denn als Teilespender finde ich, ist dieses Set hier auch großartig geeignet. Und deswegen kommen wir erstmal zur Anleitung. Die sieht wie immer so aus. Ich wollte als PDF bauen, ging noch nicht. War wohl noch zu neu für die Lego Homepage. Die Anleitung gab es noch nicht als PDF. Musste ich also hier mitbauen. Hier sehen wir die Pyramide, wie sie heute wohl aussehen wird. Ja, und hier sind ein paar Informationen, die ihr euch ja mal durchlesen könnt, wenn ihr Pause drückt. Einmal, das sind ein paar coole Infos einfach zur Pyramide, was das alles so sein soll. Und das werde ich euch gleich aber auch nochmal erzählen. Dann müsst ihr es nicht selbst lesen und für euch übersetzen. Die Anleitung ist typisch Lego aufgebaut. Hier vorne einmal der Überblick, welche Tüten für welche Abschnitte sind. Wir haben hier insgesamt acht Baugruppen gehabt. Dann wird losgebaut. Und ja, hier und da sogar viele Teile pro Bauschritt. Ich war überrascht stellenweise, wie viele Steinzeichen hier verbaut worden sind. Nicht immer nur eins oder zwei. Das gab es natürlich auch. Ja, jetzt finde ich gerade keine Seite, wo wirklich richtig viele waren. Aber das gab es tatsächlich. Also, das war okay. Spätestens als ich hier nachher, wartet mal, also zum Beispiel hier sowas, da oben, Fokus, komm her, vier, sechs und dreizehn Mal. Und das ging dann wirklich so rund, vor allem als ich nachher die Haube hier gebaut habe. Da waren es mal 16 oder 20 Bricks von einer Sorte. Also, da haben sie nicht rumgegeizt oder sowas. Da haben sie schon ein paar mehr Steinchen verwendet. Also, so ist die Anleitung hier aufgebaut. Wir schauen noch mal in die Teilerliste. Die verrät uns nämlich die vielen tollen Steine, die hier in dem Set enthalten sind. Bei den weißen Bricks können wir mal anfangen. Schaut mal. Diese zwei mal sechs, da sind es glaube ich, sechs Stück davon drin. Und dann diese längeren hier, zweimal, zehner müssen das sein, genau. Zweimal. Dann haben wir von diesen Slopes hier die Dreier 16, die Vierer 100 Stück davon. Na klar, die weiße Haube halt. Ja, ganz viele normale Bricks und Plates hier unten auch, die zweimal zwei Slopes. So, bei Ten wird es noch spannender. Schaut euch mal die Mengen hier oben an. Einmal zwei, 35 Mal. Die haben wir Ecke da, acht Mal. Kommen wir weiter zum zweimal vier Bricks, 21 Stück. Zwei mal sechs müsste das wieder sein, sechs Stück. Zwei mal acht, 21 Stück. Auch die großen Einer Bricks, relativ viele drin tatsächlich. Also hier geht es richtig zur Sache, was normale Bricks betrifft. Farbcodierung hatten wir auch leider. Das ist hier alles, was rot ist und was gelb ist. Und auch das grüne Zeug hier sind Farbcodierungen gewesen leider. Ja, dann haben wir hier nochmal eine Übersicht von anderen Bricks. In Dark Ten auch 26 Mal den zweimal vierer Brick, 20 Mal den einmal vierer Brick. Also in Dark Green haben wir auch ein paar dabei. Sind gar nicht so häufig die Steine. Ja, grau. Also wirklich die großen Treppen hier, zwölf Stück, ja. Irre. Als Teilespender ein cooles Ding. Ein bisschen Farbsohn hier, aber ansonsten hält es sich hier in Grenzen. Und das finde ich einfach großartig. Ein richtig geiles Baulebens. Das ging so einem weg. Zack, zack, zack. So, ich hatte das Tenne gefuddelt hier. Hat mich deswegen gar nicht gestört am Ende des Tages. Und jetzt gucken wir uns die Pyramide mal an. Oh, Moment. Ich muss noch einmal kurz spicken. Ich habe den Namen schon wieder. Kufu? Kufu oder so hieß der? Wie hieß der, junger Mensch? Kufus Horizon. Das wollte ich mir merken. Kufus Horizon. So, schaut mal. Ich kann das Ding so hochnehmen. Da unten ist eine Plakette drauf mit Hieroglyphen. Das soll Kufus Horizon heißen. So wie die Pyramide, wo damals geheißen haben soll. Das ist ein Druck. Hier haben wir keine Aufkleber. Kufu war derjenige, für den dieses Grab wohl scheinbar gebaut wurde. So, dort Lego-Anleitung. Ich bin da gar nicht so sehr am Thema. Wir haben aber auch noch eine zweite Möglichkeit. Diese Plakette hier. The Great Pyramid of Giza. Könnten wir hier auch drauf bauen. Und ich finde ja, es ist viel zu schade, wenn eine bedruckte Plate liegen bleibt. Deswegen mache ich das jetzt einfach mal so. So, ich packe mal hier links die Plakette mit den Hieroglyphen. In der Mitte eine normale Plate. Und dann packe ich hier mal nach rechts. Das kann man ja ganz einfach machen. Die englische Bezeichnung The Great Pyramid of Giza. So. Und dann habe ich hier beide Bezeichnungen drauf. Behälte einfach so eine normale Fliese übrig. Damit kann ich leben. Und jetzt finde ich das noch ein bisschen schöner. Ne? Oder warum macht Lego das nicht? Weiß ich gar nicht. Ich finde es super, das jetzt so gemacht zu haben. Gucken wir uns das gute Stück hier einmal etwas genauer an. Also zum einen ist mega faszinierend, dass hier keine Technikkonstruktion drin verwendet worden ist. Das sind wirklich nur normale Plates und Bricks tatsächlich. Schöne große Geschichten. Das gefällt mir sehr gut. Nach dem ersten Bauschritt hatte ich keine einer Plate übrig. Also keine Ersatzzeit. Das heißt, im ersten Bauschritt komplett Bauabschnitt wurde keine einer Geschichte verbaut. Interessant. So. Gucken wir uns das hier vorne jetzt direkt an. Hier vorne, das soll wohl der Niel sein. Wir haben hier zwei typische Bötchen drauf, die es früher so gab oder gegeben haben soll. Hier vorne haben wir einen kleinen Tempel mit einer Mikrofigur. Und dann haben wir hier so ein paar, ja, palmähnliche Gewächse, würde ich mal sagen. Auf dem Wasser steht ein bisschen was Grünes rum. Unter dem Wasser haben wir verschiedene grünen-braunen Töne. Also tan und dark green. Wir haben röltisch-braunen unten drunter, aber auch Blautöne. Das soll verschiedene Tiefen des Wassers darstellen. Ich muss ehrlich sagen, ja, nette Idee, aber ich finde es nicht so gelungen. Für mich sieht es eher so wie schmutziges Wasser aus und ich hätte es vielleicht nicht gemacht, sondern einfach in blau gelassen. Das ist ein bisschen schade. Na gut. Aber es ist so mit Absicht gemacht. Ich kann es verstehen irgendwo, aber ich finde, es wirkt einfach nicht so richtig. So. Also der Tempel vorne ist mega cool. Hier haben wir zwei kleine Pyramiden für die Familienmitglieder von Kufu. So habe ich es in der Anleitung gelesen. Das ist ein Element, das wird so gebaut und dann hier reingesetzt, diese Doppelpyramide. Und auf der anderen Seite haben wir einmal ein Dorf der Arbeiter, die wohl die Pyramide damals gebaut haben. Das war wohl in der Nähe. So vermutet man heutzutage, dass dort die Arbeiter dann auch gleich wohnen durften, mussten, wie auch immer man sagen möchte. Ein Obelisk ist hier dabei, der sehr wichtig ist für die ägyptische Zeit damals. Auch das Infos aus der Anleitung. Und wir haben hier vorne drei Sphinxen, die wohl den Weg zur großen Pyramide quasi geziert haben. Die Dinger sind ja eigentlich riesengroß. Da hat man mal ein Gefühl davon, wie groß diese Pyramide wirklich ist. Ich stand noch nie davor, leider. Aber die wird schon eine gewisse Größe haben. Steine Qualität war super. Es war alles gut zu verbauen. Jedoch, die Farben sind ein Thema. Ich weiß nicht, ob ihr das hier sehen könnt. Auf jeden Fall habe ich hier ganz viele Weißtöne. Ich habe zwei Weißtöne. Dieser Brick ist anders als dieser Brick. Zum Beispiel Slopes. Beim Weiß geht es tatsächlich noch. Ich sehe es, weil ich da sehr darauf achte. Es geht noch. Aber wir drehen das mal um. Und dann... Achso, hier sind übrigens Sanddünen. Soll das darstellen. So. Wanderdünen, glaube ich. Irgendwie sowas. Auch schön gebaut. Und dann drehen wir es mal um. Und von hinten haben wir jetzt das Thema Ten. Schaut euch mal die Farben an. Da ist eindeutig zu sehen, dass das mindestens zwei verschiedene Ten-Töne sind. Doch ich glaube, es bleibt bei zwei verschiedenen Ten-Tönen. Das ist echt schade. Klar, die Pyramide sieht nicht gleich aus. Aber es ist halt nicht gewollt. Und deswegen finde ich, ist es ein kleiner Mangel hier in dem Fall. Hier unten könnt ihr die ganzen Bricks in Dark-Ten sehen. Hier oben einige im normalen Ten. Verrückt. Wir sehen hier hinten einmal die verschiedenen Gänge in der Pyramide. Das soll wohl so eine Art Eingang sein. Dann geht es hier Richtung Galerie. Eine Art Galerie. Ich weiß nicht genau, wie die hieß jetzt. Und eine Grabkammer. Natürlich ist hier auch nochmal so ein kleiner extra Raum. Und hier oben links und rechts, das sind zwei Luftschächte sozusagen, die der Seele wohl ermöglichen sollten, damals noch zu entweichen und Richtung Himmel zu steigen. Wenn das in der Anleitung stimmt. Ob das wirklich so war, weiß ich nicht. So. Hier nochmal die Seite. Jetzt nehme ich mal einmal die Haube ab. Das Ding ist echt stabil. Das könnt ihr so rumtragen. Überhaupt kein Problem. Ist nur mächtig groß. So. Haube ab. Moment. So. Die schauen wir uns zuerst an. Obendrauf hier einmal in, ich glaube es ist Flat Gold. Heißt das so? Ich vergesse das immer. Und dann hier der Eingang. Und von unten sieht das so aus. Ja. Da sind die ganzen Treppen verbaut. Die halten das ganze Ding zusammen. War beim Bau relativ stabil. Man musste ein bisschen gegenhalten. Aber es ging eigentlich. Und auch ein bisschen Farbkodierung. Ja. Da haben sie wieder rot reingeschmuggelt. Was soll's. Und ja. Schaut mal. Ganz normale Standard Bricks. Ich find's richtig cool. Auch zweimal vier und grau hier überall. Um die Ecken zu stützen. Also sehr sinnvoll gebaut. Sehr statisch stabil gebaut. Das haben sie gut, gut, gut umgesetzt. Und jetzt den Blick auf das Innere unserer verkleideten Pyramide. Achso. Das sind übrigens Kalksteine in Wirklichkeit. Es wird vermutet, dass die Pyramide damals so ausgesehen hat. Na komm her, Fokus. Dass die so aus Kalkstein war. Und dann poliert war. Dass das fast wie eine weiße, spiegelnde Oberfläche ausgesehen hat. Das ist die Vermutung. Deswegen wird das hier so dargestellt. Wie es damals alles einmal ausgesehen haben könnte. So. Und hier. Die Vermutung, wie die Pyramide wohl gebaut sein könnte. Mit verschiedenen Rampen. Hier ist ein Seil drauf. Hier haben wir einen Kran hier oben. So eine Art Seilzüge. So könnte es womöglich gebaut worden sein. Man weiß es nicht genau. Das ist bis heute ja nicht so richtig geklärt. Schade ist, dass hier drin auch Farbsäuche ist. Ringsrum herum. Das sind coole, geile Bricks. Und in drin ist dann trotzdem wieder die bunte Pest. Also naja. Das kann man jetzt hier nicht ändern. Ich sehe es von außen zum Glück hier überhaupt nicht. Deswegen gut. Unnötig ist es einfach mal trotzdem. Auch hier finde ich es halt einfach nett. Also mehr als nett. Das ist total geil, dass sie das in drin reingebaut haben. Quasi zwei Modelle hier in einem. So ein kleines Gimmick. Gefällt mir. Jetzt will ich das nochmal umdrehen. Das sollte eigentlich alles halten. Damit ihr es mal von unten sehen könnt. Ja, Moment ihr. Ihr seht aber nur ein Teil. Ich ändere mal so ein bisschen. So. Schauen wir nochmal. Von unten sieht das dann so aus. Ja. Also etwas bunt. Das gab es schon mal schlimmer. Das gab es auch besser. Ihr seht da hinten vielleicht, hier durch die beiden Technikbricks durch. Nein, nicht Technikbricks. Durch die beiden langen grauen Bricks durch. So eine rote Achse, oder? Jetzt ist hier eine drin. Würde ich jetzt noch eine Pyramide kaufen, wäre da eine zweite drin. Das sind dann die Achsen, die ich hier hinten reinstecken kann, um die Pyramiden miteinander zu verbinden. Ja. Haben sie hier dezent und clever reingebaut und versteckt. Immerhin das finde ich ganz nett. Da komme ich auch noch dran. Ansonsten war beim Bau ein Thema, dass sich diese Grundkonstruktion hier links und rechts hochgewölbt hatte. Ich konnte das hier runterdrücken, bis das Ding hier drauf gesetzt wurde. Das wird einzeln gebaut und dann hier reingesetzt und dann hat sich das alles gerade gezogen. Da war auch zu merken, dass Spannung drauf ist, aber seitdem ist es sehr gerade. Übrigens, hier die Platt Modified, schaut mal, die haben auch sehr andere Farben leider. Das liegt teilweise auch daran, dass unten drunter schwarz ist. Aber es ist trotzdem zu sehen, dass das schon andere Farben sind. Und so, setze ich den Deckel. Den Deckel draufsetzen, da habe ich so ein bisschen Probleme mit. Da fällt mir immer diese kleine Geschichte hier ab. Ich weiß auch nicht. Ich drehe das jetzt mal um und mache das mal so, dass ihr auch ein bisschen zuschauen könnt, wie das eingepasst wird. Ich hoffe, es fällt nichts vorne ab. Gucken wir mal. Cool. Und ich finde, es ist so ein cooles Gefühl, wenn sich das hier fügt und zusammenpasst. Ja, das gefällt mir sehr, sehr gut. Ein Bauhighlight für mich möchte ich euch noch zeigen und nicht vorenthalten. Dann sind wir hier auch schon fertig. Und zwar hier am Tempel. Jetzt, ich gucke mal, ob ich den auseinandergebaut bekomme. Ja, das sieht gut aus. Auch wenn es ein Cut war. So, ich mache das mal wieder fest. Schaut mal hier unten die Stufen. Das sind einfach nur... Ich weiß gar nicht, wie die Teile jetzt gerade heißen. Mist. Diese drei Elemente, die werden so ineinander gelegt. Nicht befestigt. Dann einfach hier vorne reingelegt. Und dann wird das oben drauf gebaut und wird hiermit gegengekontert. Und dann hält das. So, das mache ich jetzt nochmal. So, da sitzt es wieder. Das ist in der reinen Folge nicht vorgesehen. Das wird eigentlich nach und nach gebaut und nicht mit einem Raum drauf gesetzt. Und dann habe ich hier die Stufen. Die sind ein bisschen lose, aber das sind sehr kleine, feine Stufen. Die würde ich anders mit Leboestein gar nicht hinbekommen. Fand ich wirklich raffiniert. Ich würde empfehlen, hier wirklich auf deutliche Rabatte zu warten. Hier wird es bei Architecture hier erfahrungsgemäß sehr gut geben. Und dann habt ihr hier wirklich, dass ich das mal sage, ein richtig cooles, tolles Set mit vernünftiger Qualität. Bis auf die Farbabweichung und diese Aufwärmungsgeschichte. Das müsst ihr wissen. Ansonsten super Qualität der Bausteine hier gewesen. Für mich ein riesen Bauspaß, weil ich es mag, mit großen, relativ großen, vernünftigen Bricks zu bauen. Mit diesem kleinteiligen Zeug. Die Pyramide an sich finde ich wunderschön gelungen. Dass es jetzt abnehmen kann, für die super das Dorf hier vorne. Das ist der Fluss. Diese beiden bedruckten Schriftzüge hier in verschiedenen Sprachen sozusagen. Ich finde das großartig. Und dann ist das Ding auch noch ein super Teile-Spender. Auf jeden Fall werde ich mir davon noch einen oder noch zwei holen, wenn sie mit Rabatt gut zu haben sind. Denn ich will diese Steine in Ten haben. Ich habe da ja ein großes Mock aktuell vor aus Star Wars. Und dazu brauche ich diese Farben der Steine. Und ich glaube, günstiger komme ich an die Menge so nicht dran. Jetzt aber erstmal wünsche ich euch ganz viel Spaß bei euren eigenen Bauerlebnissen. Und wir sehen uns hier bestimmt ganz bald auf diesem Kanal wieder. Und bis dahin sage ich wie immer alles Gute und Tschüss von eurer Steinküste. Und gerne eine Meinung dazu mal unten drunter, ob ihr das genauso seht wie ich, dass das ein tolles Ding ist. Oder ob ihr sagt, jetzt spinnt er aber richtig. Ich bin gespannt. Und das ist ein sehr, sehrgresifziation. Und das ist ein sehr Fernando. Und das ist ein sehr, sehr cordles- undитесьös. Und das ist ein sehr ged assessor.